Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur Mathematik und den Beweistechniken. Heute mit einem wahrscheinlich etwas komplexeren Beweis, nämlich dem sogenannten indirekten Beweis. Das ist Beweistechnik Nummer 2 und ich habe mir auch ein schönes Beispiel ausgedacht, bei dem man jetzt nicht automatisch draufkommt. Aber wir machen einen indirekten Beweis und das heißt zunächst einmal, wir machen einen Beweis durch Widerspruch. Und das ist immer das, was ihr im Kopf behalten solltet. Beim direkten Beweis wollt ihr einfach nur mit allem, was ihr habt, nachweisen, dass eine Sache so ist, wie ihr behauptet. Beim indirekten Beweis wollt ihr genau das Gegenteil beweisen von dem, was da eigentlich steht. Und das dann möglichst zum Widerspruch führen. Also, was das bedeutet für unser Beispiel, sei eben hier mal gesagt. Also, der Satz stimmt, soweit wir beweisen ihn auch gleich. Aber nehmen wir einfach mal, Wurzel 2 ist nicht rational. Das könnte ich jetzt durch vielleicht einen direkten Beweis beweisen, aber es wäre unfassbar schwer, wenn überhaupt möglich. Ich weiß es nicht mal. Viel einfacher ist da erstmal anzunehmen, Mensch, was ist eigentlich, wenn das doch nicht stimmt? Wenn das hier falsch ist, also wenn diese Aussage gelogen ist, ja dann müssten wir das doch anderweitig irgendwie beweisen können. Und das machen wir mal. Was wenn doch? Sei also Wurzel 2 mal rational, und ich habe das hier gleich mal formell aufgeschrieben, sei Wurzel 2 rational, würde bedeuten, Wurzel 2 ist Element von Q. Ja, Q, ihr erinnert euch, die rationalen Zahlen. Wenn das da drin ist, dann ist es rational. Und wir wollen beweisen, dass es eben nicht rational ist, sprich, dass es Element R ist und nicht Element Q. Ja, okay, also, ähm, naja, was wäre denn, wenn Wurzel 2 Element Q wäre? Was wissen wir denn eigentlich über die Zahlen in Q? Naja, rationale Zahlen kann ich immer so schreiben, dass sie durch einen Bruch dargestellt werden. Also, P geteilt durch Q. Und das müsste ich dann auch mit meinem Wurzel 2 machen. Und P und Q, die dürfen beliebig sein, aber wir dürfen einfach annehmen, dass P und Q teilerfremd sind. Also, sprich, dass wir sie kürzen, ja. Also, wenn es hier oben irgendwie, ähm, 8 halbe steht, dann dürfen wir einfach hergehen und sagen, okay, wir kürzen das. Dann haben wir halt 4 durch 1, was 4 wäre. Oder, wenn da steht 12 Fünfzehntel, dann dürfen wir die 3 da rauskürzen. Dann steht da halt noch, ähm, was habe ich gesagt? 12 Fünfzehntel, dann steht da halt noch 3 Viertel. So. Ähm, oder? Nein, stimmt nicht. Dann steht da 4 Fünftel, selbstverständlich. Ähm, genau. Das heißt, ich darf das Ganze so kürzen, weil wenn es halt nicht gekürzt ist, dann nehme ich mir halt einfach raus, das zu kürzen. Also, P und Q, und das ist eine wichtige Annahme hier, dürfen teilerfremd sein. Sie müssen es nicht, aber in unserem Fall nehmen wir an, dass sie es sind. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. So. Und, ja, jetzt nehmen wir einfach mal an, dass das halt so ist, ne? Also, sei mal Wurzel 2 gleich P durch Q. Also, sei es eben rational. Gut. Ähm, was machen wir damit? Naja, wir formen einfach um. Und das machen wir so lange, bis wir irgendwas finden, was halt nicht mehr richtig ist. Wir können natürlich hier auch Sätze anwenden, Definitionen anwenden, ähm, die wir schon irgendwann anders mal bewiesen haben, die man halt so kennt. Okay, das heißt, ähm, nach diesem Video könnt ihr einfach annehmen, Wurzel 2 ist nicht rational. Das könnt ihr für irgendeinen anderen Beweis dann benutzen, wenn ihr das wollt. Und so funktioniert im Endeffekt Mathematik, ja? Man nimmt alles, was man hat und beweist dann halt neue Dinge. Und deswegen baut alles so aufeinander auf. Und wenn irgendjemand mal ganz am Anfang was falsch gemacht haben soll, dann haben wir alle ein Problem. Aber das haben wir auch alle irgendwie mal nachgeprüft. Okay, und wenn wir jetzt das Ganze eben umformen, so wie ich das gerade angesprochen habe, dann machen wir als allererstes mal das Wurzel weg. Weil Wurzel ist nie cool. Und das heißt, wir quadrieren einfach. Und, ähm, jetzt nehmen wir einfach hier, okay, wenn wir, wenn wir quadrieren auf der linken Seite, gleiche Wurzel 2 wird zu 2. Okay, easy. Aber was passiert mit P geteilt durch Q? Naja, ähm, wenn man, sagen wir mal, 2 Drittel quadriert, dann ist das, als würde ich 2 Quadrat durch 3 Quadrat rechnen. Also P Quadrat geteilt durch Q Quadrat. Äh, das ist einfach so eine Rechenregel, die man irgendwann mal, ähm, herausgefunden hat. Und die könnte man auch beweisen, wir nehmen die jetzt als gegeben an. Das heißt, P Quadrat geteilt durch Q Quadrat. Cool. Jetzt machen wir folgendes. Wir sagen hier mal Q Quadrat. Und, äh, das bringen wir dann einfach auf die andere Seite. Also 2 Q Quadrat ist gleich P Quadrat. Dürfen wir alles wunderbar machen. Und jetzt sehen wir eine lustige Sache. Denn dadurch, dass ja P und Q innerhalb unserer ganzen, beziehungsweise unserer, ähm, unserer Zahlen Z sein müssen, also vor allem P in dem Fall, ähm, können wir hier relativ direkt Schlussfolgern, Ja gut, aber wenn 2 Q Quadrat gleich P Quadrat ist und ich weiß, dass P gerade ist, dann kann ich ja einfach mein P auf 2R setzen. Weil ich weiß ja, dass ich da noch einen Teiler drin hab. Also ich weiß auf einmal, dass eben P eine gerade Zahl sein muss. Ja cool, aber, ähm, dann kann ich das doch auch einsetzen. Dann steht hier plötzlich 2Q Quadrat ist gleich 2R zum Quadrat ist gleich, wenn wir das ausquadrieren, 4, weil 2 hoch 2 ist 4 und R hoch 2 ist R Quadrat. Und das heißt, 2Q Quadrat ist 4R Quadrat. Und, naja, das ist doof, weil das können wir kürzen. Hm, und dementsprechend sehen wir hier auch wieder, dass Q theoretisch gerade wäre. Und irgendwie haben wir einen Widerspruch, denn dann haben wir direkt drin, dass ja Q und P nicht mehr teilerfremd sind, weil eben beide durch 2 teilbar sind. Und das ist doof, weil das war unsere Annahme. Sprich, wir wissen jetzt dadurch, dass auch Q gerade sein muss, aber weil wir angenommen hatten, dass P und Q eigentlich teilerfremd sind, also ganz explizit gesagt haben, ey, 2 ist da halt nicht drin, dadurch wissen wir direkt, okay, das heißt eigentlich, wir haben irgendwie einen Widerspruch, ja. Wir nehmen hier an, P und Q sind teilerfremd, weil das dürfen sie laut Definition für Q sein, also für rationale Zahlen. Und dementsprechend haben wir hiermit einen Widerspruch. P und Q teilerfremd, aber beide sind durch 2 teilbar, das funktioniert nicht. Und deswegen haben wir unsere gesamte Aussage, also Wurzel 2 ist Element Q, haben wir einfach zu einem Widerspruch geführt. Und das bedeutet, dass unsere Annahme einfach falsch sein muss. Das heißt, Wurzel 2 ist auf keinen Fall in Q drin. Sprich, es ist nicht mehr rational. Und das war das, was wir beweisen wollten. Das heißt, wir schauen, und das machen wir eigentlich immer so, wenn wir einen indirekten Beweis führen, wir schauen, ob wir es irgendwie zu 100% anders machen können. Ja, wir schauen, dass wir genau das hier nicht annehmen und beweisen das. Und dann schauen wir, ob wir das irgendwie zu einem Widerspruch kriegen. Und wenn wir das zu einem Widerspruch kriegen und alles andere abgedeckt haben, dann ist es plötzlich bewiesen. Weil, also nehmen wir mal an, wir würden hier zeigen, Wurzel 2 ist Element Z, ja. Naja, wenn wir nur zeigen, ist Element Z, dann haben wir ein Problem. Weil, wenn wir zeigen, Wurzel 2 Element Z, dann wissen wir immer noch nichts über Q. Wenn wir zeigen, Wurzel 2 ist in N oder eben nicht in N, dann wissen wir immer noch nichts über Q. Wir müssen wirklich alle Annahmen abdecken. In dem Fall ist es relativ einfach, wir streichen das nicht hier aus der Annahme raus und beweisen das. Aber, ähm, manchmal ist das nicht so einfach zu sehen. Und ich glaube, das ist beim indirekten Beweis das Schwierigste. Ähm, für Mengen vor allem, kann ich euch hier einen Tipp geben. Wir werden uns da auch noch ein paar Beispiele angucken. Wenn ihr beweisen sollt, dass ein Element in einer Menge drin ist, dann geht davon aus, dass das Element nicht in einer Menge drin ist. Oder wenn ihr davon ausgehen sollt, äh, beziehungsweise beweisen sollt, dass es eben nicht drin ist, dann geht davon aus, dass es drin ist. Und dann schaut, ob ihr einen Widerspruch bei der Mengendefinition bekommt. Das ist eigentlich das Einfachste. Ähm, und ja, das ist im Endeffekt der indirekte Beweis. Wir werden uns hier natürlich noch weitere Beweise und so weiter angucken. Aber das soll es erstmal gewesen sein für eine, ja, für die zweite der drei Beweistechniken, die wir uns erstmal angucken wollen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.